Ich denke, dass jeder Mensch ein Recht auf Unversehrtheit hat und jeder Mensch ein Recht hat, darauf nicht gequält, gefoltert, vergewaltigt zu werden. Und wenn er sich in einer Umgebung befindet, wo dem Menschen das droht, dann sollte der Mensch das Recht haben, diese Umgebung zu verlassen. Ich habe viele Sätze oder Aussagen immer wieder gehört, dass Menschen gesagt haben, in Libyen werden wir behandelt wie Tiere. Wir werden nicht als Menschen gesehen, wir werden wie Tiere behandelt, wir werden auf der Straße einfach gekidnappt, mitgenommen, verkauft, geschlagen und nicht als Menschen gesehen. So, dass viele der Gäste bei uns an Bord das wirklich erwähnt und betont haben, dass sie seit langer, langer Zeit das erste Mal wieder das Gefühl haben, ein Mensch zu sein und als Mensch gesehen zu werden. Ja, viele der Menschen, die bei uns an Bord kommen, sind verletzt, haben Spuren von Folter, von Gewalt, Schussverletzungen beispielsweise, also wirklich körperliche Verletzungen. Aber auch ganz viele seelische Verletzungen, die sich oft auch in der Situation körperlich äußern. Und dann natürlich ganz viele Angstsymptome, Panikattacken, Angst, Schlaflosigkeit, Erinnerungen an die Vergangenheit, die sie nicht loswerden können, Albträume. Wenn ich mir die angehört habe, gedacht habe, wie kann man überhaupt mit so einem Hintergrund und mit diesen Erfahrungen, wie kann man da überhaupt noch Dankbarkeit für irgendwas empfinden? Aber dann trotzdem irgendwie eine große Dankbarkeit, dafür immer noch am Leben zu sein und große Hoffnung und ganz viel Glück. Das hatte ich und das hatten auch meine Kollegen im Team, glaube ich, dass wir manchmal, wenn wir so viel Glück und Hoffnung gesehen haben, einfach unheimlich traurig geworden sind. Weil ich weiß, was in Libyen passiert. Ich habe die Geschichten gehört. Ich habe gehört, wie Menschen beschrieben haben, wie sie dort behandelt worden sind. Und mir macht es wahnsinnige Sorgen, dass Menschen dahin wieder zurückgeschickt werden. Das ist gefährlich, das ist unmenschlich. Da können Menschen nicht bleiben.